ich kann gefährlich sein ich kann echt gefährlich sein ich werde auch die ax benutzen ja ich weiß wie die funktioniert zwar mit links krieg gedrückt halten gibt geht leider nicht ein bisschen spärlich schmeckt wie kommt es denn da drauf was gibt es denn leckeres du hast deswegen war es so lange weg hot dogs hat der her sich gemacht aha ich dachte einen kleinen snack ist doch ein kleiner snack schön die fetten hot dogs schon gemacht fürs abendbrot ja was wird heute abend essen weiß ich noch nicht weil ich die hot dogs es ne tüte chips doch so aber hauptsache jetzt nur als klein snack naja wir sagen ich brauchst so lange wo bleibt er wollte sich nun kleinsten ja cool du hast deine zuschauer ganze schweige deine viertelstunde nur weggelassen habe ich nicht dafür hast du denn den fit rausgehauen habe ich nicht klar hier konzentriert gebaut naja was hast du nicht ganz klar wir mal schön aus dann sagt er da so ein fettes gebildet ballert wenn wir der block welt oder was man kann das auch schön dekorieren hallo und nicht nur ein quadrat ja nachher kommt er so riesen das dach ist gleich noch zehn mal so große oder so ein spitztag drauf machen willst wer weiß ja kann ich mir bei dir vorstellen ich kenne dich zu gut da hält vom erb der feld wenn es mich nicht zu gut klar ob der fett ein gebäude bauen klar sagt ja nur das schmetter ins haus ne riesengroß und da fehlt die liebe im detail ja los zertets baut mal ja weiß das noch aber zertet sind gesetzt und los baut mal go go kleine turtles ging ja auch nee die schwebten die ging nicht mal das hat gut funktioniert mit den turtles zuhaften ja und dennoch sind sie haben sie geschwebt und sind nicht gegangen durch die luft und haben hinter sich immer gesetzt so noch mehr fläche mal gucken ob das holz reicht ah ja für die menschheit naja entweder haben wir jetzt ein kleines babyhuhn auf dem feld oder nicht aha nein leider ist kein eindring kein hühnchen drin gewesen voll sorry high five müllbeutel blöden stecks an hey warum hast du zwei carpenter rausgerissen und die da einfach hingesetzt hab nichts gemacht doch klar nein klar die hast du aus der küche entfernt damit du da schneller reinkommst du fauler hund hab da gar nichts gemacht ja klar die standen gerade in der luft du hast dich in die umgerissen einfach da reingesetzt und wie sollte ich dich dann eben gehauen haben du affe hä du hast mich nicht gehauen ich bin rausgegangen wo ich dich eben gehauen hatte aha hm ich war das noch nicht nein ne hab's ne ja hab schon fast klar also ich kann jetzt schlecht pennen gehen würde ich mal gerade behaupten nach meiner situation hier ja geil ich seh deinen namen schon da rumhüpfen das ist schon das ist aus downframe alles gut gemacht mhm ich lobe dich in meiner nächsten predigt nicht gut mein gott was willst du dann mauarm nö wie auch kein mauarm Kinder lieben mauarm wenn sie können im namen keine Platz los also nicht mit mühe war so viel was so viel gegessen ne es war nur ein brötchen und brötchen als du doch trotzdem so lange gedauert ich hatte mir der nämlich heute mittag schon und zwar es fand nein ich fand kuchen mensch kartoffelpuffer und er hat sich für mittag die es sich gleich und wir haben zwischen das brötchen gesicht schön was drauf gelegt noch lecker schmecker lecker schmecker sind da habe ich die ersten ja 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 es leck mich am arsch es ist die treppe da wir legen jeweils den pfeil an den mache ich auch stein glaub ich deine marsch ich glaube ein bisschen viele karotten und kartoffeln kann man immer brauchen dico roll also mit karotten wirklich stirbt die ok kannst voll viel machen siehste also nicht beschweren also mit den karotten kannst du extrem viel machen kannst du nur noch möhrensaft und so n kack machen karotten gucken ja gut das war ja klar aber recht viel vegetarisches zeug das war auch irgendwie klar aber mehr auch nicht erstmal oder doch und nicht schon wieder bellen das ist nicht gut aber mit den karotten kannst du auch recht viel alles klar nimm noch zehn gramm mehr was zehn gramm mehr wenn du schon am essen bist kommst du denn da drauf hörte man nur um ob das war lecker du bist einer du bist echt zu einer du bist ein richtiger willi hast du im spiegel geguckt oder was ja klar da hab ich ein spiegel eingeschaut denk ich so mein gott ey dich schön kerl erschaffen meinst du ja sicher ich wollte nicht immer für lügen was für ein spinner jetzt ist das schon wieder ein spinner ja oder einer bist nee doch nee doch ich glaube er weniger ich glaube er doch nein man ach man doch man hat kacka gebaut kacka gebaut kacka gebaut ja ach scheiße bist ja auch kacka oh hab ich den hörst du mal da hab ich dich ich hab doch da rund gezogen oder ich muss ja gut im single player gucken höhen oder hm wie hab ich das im single player denn gebaut hab ich das mit singen gebaut hab ich aber drüber gezogen das solls oder hab ich drüber gezogen das solls da sieht man es auch ja höhen la 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 schön hast du super gebrochen hast du super gebrochen Dreckzau was ist jetzt schon wieder Dreckzau weil ich mir gerückt sahst quatsch bist du ekelhaft Babahaft ekelhaft Spinner ich bin schon wieder ein Spinner warum darum einfach darum so ein kleiner großer Babahaft ekelhaft ich bin nervös und so ne scheiße lauwe Scheiß jetzt hab ich schon wieder kacke gebaut machst du das so oder so oder so so mach mal die schräge beim bootz weg jetzt mach mal so eins zwei drei ach komm mal weg mit dem ganzen Gravel ja ich hab schon wieder keine Steine dann eher damit Da 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 Holz hin das gleiche werfe hier holz vor der hütte gas ja hier ist der square will und 40 stück sind rausbekommen da ist noch mehr da ist noch mehr muss ich noch hoch ziehen das ist ja auch noch was auch alles auf die höhe setzen wow 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 gottchen da auf jeden fall übertreib doch einfach mal rund ja ich weiß war ich auch noch eine fensterfront hin das sieht glaube ich nicht aus wie wird die sicherlich schieben überhaupt scry glaube ich warte ich muss mal gucken er ist sie ja ist sie ja ist sie ja keine ahnung ist sie ja ja auch noch hier bitte holz gottchen geht schneller kannst du den ganzen weit hier echt leichter wenn du nicht immer nicht weißt du die ganzen blöcke und da sind sie ist einmal durch für dich und siehst du wie johannett ab die streifen frei ich will ja nicht sagen